Herzlich Willkommen zu Folge Nr. 2 unseres Fantasy-Barnorages. Das ist unser Studio und Bani. Der nette kleine Cocker Spanien, der uns jetzt gleich sagen wird, ob Deutschland gegen Gane gewinnt. Ja, oder nein? Das Spielchen ist ganz einfach. Ich habe zwei Würstchen hier. Eine sind der Gane-Fleige, eine sind der Deutschland-Fleige. Frisst Bani das, äh, mit der Deutschland-Fleige die beiden Mädchen hin. So einfach ist das Bani, das ist verstanden. Jetzt guckt meine Würstchen her. Pass auf. Bani? Das ist hochkonserviert. Gibt es das Würstchen oder das hier? Bani, schau mal höher. Hier. Welches Würstchen frisst du? Bani, friss, friss, friss. Wenn der innerhalb von 10 Sekunden das Würstchen nicht gefressen hat, wird es über den Schienen losgehen. Bani! Äh, Junge, wie ist das Deutschland-Würstchen? Ist das Mikrofon-Fressen? Ja, es tut mir wahnsinnig leider, was sieht nach einem Urentschieden aus. Bani kann sich nicht entscheiden, wenn das Würstchen er frisst. Stattdessen schaut die schönen Frauen in der Redaktion hinterher. Dann also 0-0 Deutschland gegen Ghana. Äh, ich kann nichts dafür. Bis zum nächsten Mal.